Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Blade Runner und ich glaube ich war ein bisschen zu ungeduldig, vielleicht auch ein bisschen zu dumm und ich habe auch eine Sache vergessen, weil hatten wir ja schon gehabt, die ganze Geschichte geht in Leveln und danach wird dann so gespeichert, alles andere sind halt nur Checkpoints, habe ich dann auch mitgekriegt, weil ich wollte einfach mal nachgucken, wie lange brauchen das jetzt hier eigentlich. Ähm, und ihr werdet das eben gleich sehen. Das Gute ist, ich konnte mich jetzt wieder in die Steuerung, äh, naja, was heißt gewöhnen, also es ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber jetzt geht es schon viel besser, ich bin auch viel schneller durchgekommen, auch wenn das jetzt dann wahrscheinlich am Ende nicht dastehen dürfte, weil ich den Computer nochmal neu starten musste, weil irgendwie alles geruckelt hat und bla, aber ich habe noch was gefunden, das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass ich, oh, hier oben, dass ich irgendwie nichts, ähm, auf, also dass ich auf den, Blick auf die Karte gar nicht so wirklich viel gebe, ne, ähm, ein paar Sachen haben wir glaube ich auch schon, äh, vergessen, also ich habe sie übersehen, ne, äh, während des Knalls parken viele Autos auf der, was, Basisebene. Danach waren sie nutzlos und wurden nicht mehr benutzt, aber hin und wieder findet man immer noch Teile von ihnen in irgendeiner Form wieder. Das ist voll schön, aber ich bin halt gerade am überlegen, was war denn, was ist das gewesen, sammelbare Objekte, ja, eigentlich immer noch irgendwie ja, aber ich achte da zu wenig drauf. Okay, das ist ja trotzdem Karte, Blitz, hätte ich schon mal extra lange gebrauchen können, ja, weiß ich nicht, ähm, auf jeden Fall, naja. War das hier gewesen, wo ich immer runtergejumpt bin? Ich glaube schon, ne? Oh. Und jetzt ist es auf der Karte nicht, dann war das das, was ich, äh, das Ding, was ich da gefunden habe, war übrigens in dem Abteil, sage ich mal, wo wir die ganze Zeit nur nach oben mussten, wo ich dann auch in der Seite so ein bisschen lang musste, wegen dem Blitz und so, äh, ja. Machen wir ein bisschen schneller hier. Ah, da oben. Ja, okay. Achso, wir fangen ja immer wieder. Ich vergaß, ich vergaß. Obwohl ich mich an die Stelle gar nicht mehr so weit erinnern könnte, aber wir müssten doch, doch, zumindest an die. Da sind wir stehen geblieben, so. Ja, es ist halt so, ich hab mich, wo ich das dann gesehen hab, ich hab mich so geärgert. Huh. Hätte ich hier gleich mit Speed weiter? Ne, ich kann gleich von hier. Loll. Also, außer ich hab da jetzt noch irgendwas stark übersehen, das kann natürlich auch sein. Ähm. Aber an sich sollte... Oh, gut. Also, gefühlsmäßig sollten wir, glaub ich, gleich da sein. Also, ich hätte wahrscheinlich, also, was ich gesehen hab, bloß noch ein paar Meter weiterlaufen müssen und dann, ja. Deswegen werde ich's wahrscheinlich so machen. Also, ich weiß ja nicht, wie lang die Level sind. Ähm. Jo. Ähm. Vielleicht eh ein Level pro Folge, so wie ich mich hier anstelle. Okay, da ist Stop. Aber ich muss... Muss ich hier auch runter? Also, das ist zumindest das Fragezeichen. Okay, neuer Gegenstand. Ungesammeltes Schwert. Ist das besser? Ist nicht. Ich will's da einfach mal aus. Ähm. Schön. Also, ja. Ein bisschen was haben wir ja eben übersehen. Ist das jetzt hier schon die Amigo-Station? Das meine ich. Das wäre bloß noch ein paar Minuten, die ich hätte weitergehen können, dann hätte ich mir das erspart. Naja, an sich vielleicht auch gut, äh, dass ich, ja, dann wieder komplett reinkomme. Aber es ist halt... Tode, 49? Äh. Ja gut. Ist das Gesamttode? Okay, es fehlt noch... Ah, ja. Einen Artefakt hab ich also übersehen. Also bisher nur eins. Und Level 9 starten, äh, äh. Ich will ins nächste rein. Ja, deswegen... Was willst du machen? Ähm. Ballern die von oben auf mich irgendwie? Doch nicht. Okay. Ich werd da sowieso wieder nicht drauf weiter achten. Die Ballern schneller, kann das sein? Oh. Ja, die Ballern schneller. Den hab ich überhaupt nicht mitgeschnitten. Dass der da stand. Halt... Ey, Mann, Mann. Es geht schon wieder gut los, ne? Ähm. Warte. Ich hab's gleich. Nein. Mann, Alter, was... Bloß, weil ich den Rechner nochmal neu starten musste, kann da jetzt nicht wieder alles weg sein. So. Das wollte ich eigentlich machen. Wow, wow, wow. Hä, was? Ich hab' ein bisschen das Gefühl, dass die mehr Aufladezeit haben, wenn die jetzt ihren Dings mal so weggeballert haben. Hallo? Jack, kannst du mich hören? Warum Jack? Right. Du wirst nicht wissen. Es ist ein Kodename, den wir für dich benutzen, während der Verpackung. Diego sagte, du warst alle jacked up, als er dich gefunden hat und es ist stuck. Aha. Gibt es dir mindre, wenn ich dir das kenne? Nein. Okay, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Oh, schön. Muss ich hier überhaupt drüber? Anscheinend nicht. Oder doch? Warte mal, ich guck mal... Ja, ja, ich wollt grad sagen, ich guck mal Spaß hab' auf die Karte. Also auf der Karte hab' ich das nicht gesehen, aber ich hab's von der anderen Seite auch was gesehen. Noch ein neues Schwert? Okay. Wärts schön, wenn die noch irgendwelche Verbesserungen hätten, aber... Ja, das ist toll. Ich dachte, ich kann mich hier festhalten. Okay, da vielleicht nicht rein. Wo geht's denn dann da weiter? Ach, doch, hier oben. Toll. Ja, super. Wow. Okay, ich glaub' da hinten ist da noch einer. Kann ich den anvisieren? Nee, schade. Ich bleib mal hier stehen, damit er mich nicht erwischen kann. Okay. Ja. Problem ist nur das noch... Okay, da ist einer. Und da drüben war, glaub' ich, auch noch einer. Nein! Ja, jetzt müssen wir... Ja, toll. Erstmal wieder... Erstmal wieder lernen, wo, wie, wer, was ist. Ach so, ich kann direkt dann da drüben. Warte mal. Okay, okay, okay. Glück gehabt. Da ist der letzte Schnösel. Aber komm' ich bis zu dem eigentlich wieder rüber? Das ist ja die Frage. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Ruhe haben. Nein, jetzt... Du blöder Penner, alter, springen noch! Okay, hab' nichts gesagt. Ich könnte bloß die Abkürzung nehmen. So, ich guck mal, Spaß hab' hier auf die... Also, das auf der Karte anzeigen, der... Der Radio ist relativ kacke. Was hab' ich jetzt eigentlich gemacht? Okay, er schwebt da noch in der Luft. Geil! Bin mir nicht so... Oh. Atma? Atma-Chip. The standard neural implant. Aha. You must have heard of them. Basically simplified versions of your own Cortex interface. Nee, 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 ich hab's schon gesehen, oder? Lol! Hat sogar fast noch funktioniert. So. Jetzt aber. Ich will die Fragezeichen halt auch nicht übersehen, ne? Look up. I'm gonna connect to your visual speed, so I can guide you better. Can you grant me access? Can you grant me access? Ja. And... 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 I'm in. Okay. Okay. Gut, die sind fertig. Oh, Gott. Warte a sec. Okay, hier kann ich nur strücken, aber hier... Da unten. Okay, vielleicht doch nicht da unten. Hä? Ist das nicht genau? Wollte man nie von da kam ich? Oder kam ich von da? Das ist halt so verwirrend. Weiß nicht. Warte mal. Kann ich hier... Okay, da lebt noch, erinnere ich ja wohl gerade sagen. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich wieder zurückgehe. Ja, toll. Shit. Nein, ich dachte, ich bin schnell genug drüben. Ich wollte es mal anders probieren. Ach, Junge. Lass mich doch mal eben mal... Uh. Ja. Von der Zyria? Ja, wenn ich es treffe. Warte. Ähm. Mann, das gibt's doch nicht. Wenn er sich nicht wegbewegen würde. Okay, leg mir am Arsch. Nein! Warte mal, es gibt da drüben auch noch eine Möglichkeit. Äh. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Äh. Ach komm, Alter. Ernsthaft? Ja. 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 Der ist weg. Er ist jetzt nicht so. Boah. Da muss ich natürlich direkt reinfliegen. Aber hierüber ist es vielleicht einfacher. Wenn er mich da hinten nicht wegsetzt. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja. 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 Och, Junge. Äh. Der Typ. Der Typ da. Der ist am nervigsten. Der muss weg. Uh. Oder warte mal. Nein, nein, nein. Nicht so. Nein. Hör auf. Das hat mir jetzt aber... Gut. Ich wollte gerade sagen. Mann, hör doch mal auf mit der Anvisierkacke. Wenn wir es nicht brauchen. Mann. Hör auf. Komm schon. Hör auf mit der Anvisierkacke, Mann. Jo, jetzt. Nein, wir zurück. Jetzt machen wir die ganze Geschichte nochmal von der anderen Seite. Komm, komm, komm. Das geht doch. Ja. Okay, aber hoffentlich nüscht man weiter, was ich übersehen habe. Ja, doch. Hammer. Nein. Nein. Oh, Schwein. Oh, Schwein gehabt. Wir können noch. Wir können noch. Wir können noch. Ja, das haben wir nämlich übersehen. Das war, glaube ich, nämlich auch das, was ich da um die Dings gesehen habe. Aber ich habe auch noch was anderes. Was ist das denn? Schikara 6 Implantat. Die Schikara Implantate sollten den Arbeiten der Basis-Ebene mehr Kraft und Ausdauer für ihre tägliche Arbeit geben. Unglücklicherweise waren die Produktionskosten jedoch zu hoch. Naja. Ich werde trotzdem mal dranbleiben und gucken, was geht. Was war alles zu finden? Noop. Okay, jetzt natürlich geht die Scheiße jetzt weiter mit denen. Okay, gesehen habe ich noch niemanden. Okay. Towards the end of our time, this place became overrun with criminals. Ghostrunners kept them at day, until Mara took over. Open your eye? Also ist das jetzt von der Story her, wie gesagt, da löse ich jetzt nicht mehr so viel, also habe ich jetzt nicht so weiter drauf geachtet. Aber so ein Ding, dass der, der uns eigentlich hier durchführt, so ein bisschen, also der Architekt eigentlich eher der ist, der scheiße ist. Kann man das so sagen? So, jetzt muss ich jetzt zurück. Aber nicht in den... Lol, habe ich ja gar nicht gesehen, dass da was aufgegangen ist. War da nicht noch ein Zweter? Aber kommen die jetzt von... Okay, da ist der Nächster. Sehe schon. Warum muss das wieder so ein Pilz sein? Huh. Wird nichts. Schweine. Weil das ist von dem kann ich ja glaube ich nicht abwehren. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Muss ich hier hoch. Diese Faktoren, alles, was sie produziert, geht straight up in Dharma City. Aha. Na ja, wenn es halt um zu überleben geht, ne? Ich soll es jetzt reparieren, oder was? Toll. Äh. Dass es nicht heiß ist, ob da die Füße wird. Oh. Ja, okay. Da muss ich aber abpassen, ne? Boah, schweigen gehabt. Okay, das geht immer noch. Ähm. Ähm. Tschüss. Nein! Nein! Ich meine, das hier ist ja relativ einfach hier, aber... Ähm. Achso. Moment. Fast vergessen. Ja! Hä? Hä? Warum zum Fick muss ich... Ich hab doch immer ein Glück. So hoch hier. Schade. Dachte ich so, ja geil, easy peasy first try. Ja, und dann so ne Kacke. So. Okay, springen, ducken und dann gleich rüber. Ich dem hier auch nicht so wirklich traue. Okay. Ähm. Da bin ich aber gekommen, oder? War das das wo? Bin mir grad unsicher. Muss ich jetzt die... Ne, die Schoße muss ich die nochmal neu machen. Das ist ein anderer Weg. Okay, war grad ein bisschen. Ähm. 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 Ist halt fies, dass die dann anquatschen, äh, anfangen zu quatschen bei so'n, bei so'n Szenen, sag ich mal. Das muss nicht sein. Aber... Ja, toll. Das hast du super gemacht. Aha. Wow, wow, wow. Alter, spring ich so hoch. Okay. Okay, was haben wir denn? Neuer Gegenstand. Kodex. Was bist du hier? Erklima-Abzeichen. Die Erklima nutzen diese Medellinungsfrüher, um ihre Verbündeten unauffällig zu identifizieren. Über Jahre haben sie im Verborgenen ein wachsames... Was, ein wachsendes Rebellennetzwerk schaffen. Okay, das ist nice. Ja, so. Warte. Okay, ich würd mal denken, hier und dann irgendwie... Kommt da noch was raus? Ist aber auch bloß geraten von mir. Ich weiß nämlich nicht, wohin. Strange. Die Kläte sind näherlich weg. Not regrouping at the usual locations. They're just... Retreating. Returning to the city. Not returning. Leaving. Most of the keys are local and never go up there. This is unusual. Okay. Also ja, das wär jetzt so meine nächste Idee. Waren wir da drüben schon? Darüber sind wir jetzt hier hoch. Wo sind die Pfeile, Mann? Zeig mir doch mal meine Pfeile. Ja, nach oben kann ich aber nicht, ne? Ne. Warte mal, ich fahr mal wieder hier runter. Vielleicht zieh ich's halt einfach bloß nicht. Ach, guck mal einer an. Wo wir jetzt wieder sind. Na geil, das hat sich ja voll gelohnt. Okay, ich schätze mal schon, dass wir da richtig waren, aber... Glück gehabt. Aber von hier aus... Wenn ich dem jetzt glauben darf, dann nach oben. Aber ich kann mir ja nirgendwo hier... ...festhalten. Kamen wir von da drüben oder müssen wir da rüber? Ich mein, wenn sie mir einen Gegner hinstellen würden... Hm. Dann wär's einfacher, da rüber zu kommen. Okay, speichert. Ich glaub, wir sind richtig. Äh, das war grad ein bisschen merkwürdig. Ich bin genauer, was wirtan bewirkungen... Ich bin glät中, ich bin glät中.